Es ist eine wunderbare Fantasiewelt, Kostüme, eine wunderbare Samba-Laune und einfach Samba pur. Das ist wie Weihnachten. Wir kommen schon seit über 20 Jahren hier hin und treffen immer unsere Freunde und unsere Familie und das finden wir schön. Die ganze Geschichte drumherum am Marktplatz verknüpft mit Spaß, Kultur und aber auch politischer Kritik. Unbeschreiblich. Es ist einfach schön hier zu sein. Es ist einfach toll. Unbeschreiblich.